ja kannst du hier mal den hallo, hallo bitte hier den hau ist meiner meinung arm und keine frage, das ist dieses lowlife und es wird mir so leicht denn ich liebe dieses lowlife, ich genieße jeden moment, denn dieses wunderschöne leben uns schenken hey yo was geht youtube und netzleif, willkommen hier zu einem erneuten video auf meinem kanal ich weiß es ist jetzt schon sehr sehr lange kanal das video gekommen also ich meine jetzt ein video kein live stream und zwar wie kommt das eigentlich dazu und zwar wir haben 22 uhr 21 also da nehme ich gerade eben das video auf, es wird auch noch heute online gestellt also denkt mal morgen werdet ihr sowas sehen, dass ihr da auf jeden fall schon mal bescheid wisst ich fahre morgen in die tschechei, mache da bis mittwoch urlaub mit meiner oma, also ich bin auch gerade bei meiner oma, also ja allgemein bruh, johey, ja ne um 8 morgen fährt der bus vom bahnhof und genau dann geht es los in die tschechei, da haben wir auch unser hotel dann schon mal gebucht und alles, da werden wir dann schon ein bisschen empfangen ähm, also eher gesagt wir empfangen sich, ne, ne, ja und danach sehe ich auch mal wieder meine cousine und meinen Cousin, ja genau bei mir ist bloß eben so das problem, ja, ich fahre in die tschechei und kann kein mord, aber mein lieber Cousin, er wohnt auch neben deutschland, da kann er auch deutsch reden und da übersetzt es dann immer, wenn meine cousine irgendwas zu mir sagt, übersetzt es mir und wenn ich was laber, übersetzt es ihr und genau, ist echt schuldig, weil meine cousine hat schon gesagt, sie will mit mir in irgendeine disco gehen, das wird auf jeden fall mal was, ich hoffe da darf man auch filmen, darf man eigentlich sowieso, denke ich mal, und danach kann ich ja auch sehen, was da eigentlich für Musik läuft, weil ich weiß selber auch nicht mal, was da für Musik laufen wird und genau, dass ihr da auf jeden fall Bescheid wisst, also es werden halt so kleine Vlogs entstehen, es kommt halt echt drauf an, ob das WLAN gut ist oder nicht, dass ich da irgendwie zehn Stunden für irgendeinen Upload brauche, weil da habe ich keinen Bock, danach natürlich checkt auf jeden fall mein Insta-Account ab, der ist natürlich in der Video, äh Video Beschreibung, genau, Video Beschreibung, ähm, checkt den auf jeden fall, weil da denke ich mal, wenn sehr viele neue Bilder dann auch noch auftauchen, ähm, genau und danach habt ihr bestimmt jetzt am Anfang noch das Intro gesehen, äh, Netrox Clan, zuerst denkt ihr euch, ähm, Bruder, was ist das für ein Intro, Bruder, das sieht ja voll, äh, zum Auskotzen aus und dieses V, das passt einfach nicht zu diesen Netrox, das macht keinen Sinn, ähm, Jungs, das Intro habe ich gemacht, danke erstmal an Neptun, dass er mir, ja, die, okay, ich hab, bei ihm hat der Setup gekauft, aber trotzdem, ich hab noch nie so wirklich an einen Apo-Style-Intro gearbeitet und sonst noch was oder so, ich hab früher mal ein bisschen an Intros gearbeitet, da kennen mich auch noch ein paar, aber so an wirklichen richtigen Apo-Intro habe ich mich noch nicht so wirklich angesetzt und das, was ich da erschaffen habe, finde ich für mich wirklich sehr gut, ne, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst und genau, ich fange jetzt auch so bis ins Design an, Neptun hilft mir, dann auch andere Kollegen helfen mir dabei, dass da auf jeden Fall auch was draus wird, weil, ne, Netrox-Clan wird ein neuer Clan, nicht irgendwie jetzt wieder Comebacken, weil, Comeback-Clan, die bringen einfach nix mehr, na klar, es waren geile Zeiten von den Comebacks, also von den alten Clan, aber, wie schon sagt man, die sollen einfach in Frieden ruhen und genau, ne, dann würde ich eigentlich nur noch sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen früh wieder, auch frische und genau, dann würde ich nur noch sagen, schlaft alle gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, Alcanu ist raus.